Hallo liebe Schülerinnen und Schülern, ich stelle euch heute das Berufskolleg Wirtschaftsinformatik der Ludwig-Erhard-Schule in Pforzheim vor. Hat das Berufskolleg Fremdsprachen zu viele Sprachen? Interessiert ihr euch für Themen der Wirtschaftsinformatik wie beispielsweise Tabellenkalkulation, Geschäftsprozesse und Datenbanken? Interessiert ihr euch für die Programmierung in den Sprachen PHP und Java? Interessiert ihr euch für die Informationstechnologie wie beispielsweise die Computerhardware, mobile Kommunikationstechnologien und Netzwerke? Dann bist du vielleicht im Berufskolleg Wirtschaftsinformatik richtig. Welche Voraussetzungen musst du mitbringen, damit wir dich aufnehmen können? Du brauchst auf jeden Fall den mittleren Bildungsabschluss oder ein gleichwertiger Abschluss und in Mathe sollte die Note nicht schlechter sein als drei. Mathe ist in der Informatik ein besonders wichtiges Fach. Es sollte dich aber nicht abstrecken, vielleicht trotzdem das BK Wirtschaftsinformatik zu wählen. Drei oder besser und dann Daumen hoch. Die allgemeinbildenden Fächern im BK Wirtschaftsinformatik sind ähnlich wie an anderen Berufskollegs. Wie die genau aussehen und wie viele Stunden pro Jahr unterrichtet werden, siehst du in dieser Tabelle. Die berufsspezifischen Fächer kannst du in dieser Tabelle erkennen. Das Fach Wirtschaftsinformatik wird im ersten Jahr mit sechs Stunden unterrichtet und im zweiten Jahr mit sieben Stunden. Das Fach IT ist jeweils mit einer Stunde pro Jahr vorgesehen. Das Fach Betriebswirtschaft mit Steuern und Kontrolle ist hauptsächlich Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen. Das Fach wird begleitend mit der Software Navision bzw. SAP unterrichtet. Das Fach Gesamtwirtschaft wird mit zwei Stunden im ersten Jahr unterrichtet und mit einer Stunde im zweiten Jahr. Das Fach Textverarbeitung mit zwei Stunden im ersten Jahr. In diesem Fach lernt man die Tastatur zu beherrschen und Geschäftsbriefe zu schreiben. Das Fach Wirtschaft wird im zweiten Jahr für zwei Stunden unterrichtet und ist Bestandteil des Zusatzunterrichtes, dazu aber gleich mehr. Schauen wir uns das Fach Wirtschaftsinformatik genauer an. Im ersten Jahr lösen wir betriebswirtschaftliche Probleme mit einer Tabellenkalkulation, beispielsweise mit Excel von Microsoft. Wir analysieren und gestalten Geschäftsprozesse mit ereignisgesteuerten Prozessketten. Weiterhin erstellen wir Datenbanken und nutzen die Abfragesprache SQL für das Datenmanagement und die Datenanalyse. Wir erstellen Webseiten mit HTML5 und programmieren Web-Anwendungen mit der Programmiersprache PHP. Im zweiten Jahr steht die Programmiersprache Java auf dem Programm. Spielerisch lernen wir erste Programmierschritte mit dem Java Chara oder dem Java Hamster. Später entwickeln wir Konsolenanwendungen und gestalten Formulare für betriebswirtschaftliche Anwendungsfälle mit einer Datenbankanbindung. Mit leistungsstarken Schülerinnen und Schülern entwickeln wir ein 2D-Spiel in Java. Auch den Einsatz eines Gaming-Frameworks wie Unity können wir uns gut vorstellen. Im Fach IT lernen wir, wie Computernetzwerke funktionieren und bauen virtuelle Netzwerke in einem Simulator. Im zweiten Schuljahr arbeiten wir an Hardware-Projekten mit einem Raspberry Pi oder einem Arduino. Mit dem Berufskolleg Wirtschaftsinformatik kannst du zwei Bildungsabschlüsse erreichen. Die Fachhochschulreife als Zugangsvoraussetzung der staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Dazu musst du schriftliche Prüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und BWL absolvieren. Zusätzlich wirst du in mindestens einem Fach mündlich geprüft. Für den staatlich geprüften Wirtschaftsassistent werden zusätzlich die Fächer Wirtschaftsinformatik und Wirtschaft geprüft. Dieser Abschluss wird für alle weiteren Ausbildungsgänge benötigt, wo zumindest eine zweijährige schulische Berufsausbildung erforderlich ist. Wie beispielsweise für die Wirtschaftsoberschule oder die Fachschulen für Betriebswirtschaftslehre. Falls du noch Fragen hast, dann schaue einfach auf unserer Homepage vorbei. Dort gibt es viele Kontaktmöglichkeiten, die dir weiterhelfen können. Wir freuen uns auf dich im PKWi.